Straßen in den Leitplanken machen, weil die sehen einfach gut aus und überhaupt bei der Straßenver... Was ist denn jetzt? Oh nein! Jus видел! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dann werden die nächsten Bäume wieder abgeholzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach nee, lassen wir lieber noch mehr Bäume schlagen. Für den Fall der Fälle. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Gezillere ist echt wie eine Pest. Das würde ich mal so erwähnen. Warum hole ich eigentlich die Dings nicht zu mir? Oh Mann ey. Ich könnte ja mal den Karren herholen. Wäre vielleicht auch mal eine Option. Guck, ich seh schon die Leute. Denk doch mal ein bisschen nach bei der Arbeit. So, jetzt können wir das hier auch weg. Guck. 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 Gerard. Guck. 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 Du schoss in der Nase, ey. Sorry, und da musste ich mich auch mal direkt muten. Oh ne, nicht schon wieder. Alter, Falter. Entschuldigung. Hä? Ach komm. Oh ne, ich kann das jetzt noch mal wieder kommen. Oh ne, ich kann das jetzt noch mal wieder kommen. Ja, ja, Berg der Kämpfe, so ist es. Oh, was war denn da los? Okay, Blick auf die Karte werfen. Das stimmt, das ist wirklich nicht mehr so weit weg, so wirklich. Wobei, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen tiefer gehen. Da geht es ja erstmal darum, zur Weizenfarm zu kommen und dann ab nach Süden, an dem Ort, wo alles begann. Oh, da habe ich noch das andere Lager hier stehen, habe ich gar nicht abgeräumt. Naja. Ähm. Aha, Viraxu hat da was. Wer mintiert sehe ich gerade? Wer kommt denn näher? Solange wir da keine Tunnel graben müssen, wie letztens. Ich habe das andere Lager. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin wieder schweigsam, es tut mir so leid. Vielen Dank. Vielen Dank. Na, was legt das denn immer zu? Ach, liegt der tatsächlich doch noch im Weg. Ich bin wieder schweigsam. Da hinten geht es ja eigentlich schon wieder hoch. So, jetzt ist die Frage. Ja, komm. Das wird dann wieder aufgefüllt, oder? Ah, warte mal. Nee. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Machst du mal ab. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Kann ich gerade nicht gebrauchen bei der Arbeit. Oh, neid. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ressourcen können wir ruhig alle aufbrauchen Ich wurde eigentlich schon die Folge bänden, aber wie wäre es, wenn ich doch was anderes mache während der Aufnahme Ich werde das Zeug zu kommen, aber wie wäre es, wenn ich doch was anderes lauschen, wenn ich doch was habe? Ach, ich wollte doch nach links ausweichen. Ja, wobei, wer sagt, dass es nicht mehr geht? Ja, wobei, wer sagt, dass es nicht mehr geht? Ähm, passiert noch was oder? Ich dachte schon, spielt das Server auf einmal doch noch ab oder was? Ja, wobei, wer sagt, dass es nicht mehr geht? Ja, wobei, wer sagt, dass es nicht mehr geht? Ja, wobei, wer sagt, dass es nicht mehr geht?